Wein in Moderation bedeutet für uns bewusster Umgang mit dem Thema Alkohol und auch dem Weinkonsum, dass Wein mehr ist als einfach nur einfaches Dahertrinken, sondern Kultur, Genuss und eine schöne Zeit mit meinen Liebsten. Wir erzeugen bereits seit 2014 alkoholfreie und alkoholreduzierte Weine und allgemein setzen wir auch auf alkoholärmere Produkte, weil Alkohol nicht immer zwingend Bestandteil sein muss für den Genuss und zum anderen möchten wir den Handel und den Verbraucher darauf aufmerksam machen, dass die Weinbranche offen mit dem Thema umgeht und zukunftsweisend an das Thema herangeht. Meine liebste Speisekombination ist ein selbst erlegter Rehrücken vom Grill und dazu ein filigranen, trinkiger Pinot auf der Terrasse mit Freunden.